hallo leute da ist eure rey und ja heute ist so einer dieser tage wo ich ein bisschen nervös bin wir schauen uns heute nämlich ein neues game an und zwar kein geringeres als mass effect und da sind wir wir starten eine neue karriere ok das ist ja süß das ist typisch bioware okay wir geben eine neue id ein ein individueller weiblicher charakter natürlich weiblich weil sorry data ist eindeutig weiblich und data hat auch so was ja ich weiß und nein das wird es nicht geklebt so that's it ich glaube sniper rifles ist unser ding technik ist unser ding so mal schauen was hier mass effect von sich gibt hmm okay Okay, ähm, 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten, raumfahrenden Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnten mithilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu entferntesten Sternen ermöglichen, und so weiter. Toll, ich will das lesen! Wow. Egal, äh, für alle, die es nicht lesen konnten, bitte einfach mal in die Watts gehen. Wow. So, was haben wir hier? Oh, wir sind Command-Aus. Okay, wir sind Second in Command. Ah. Wow. Captain an Deck? Ne, äh, Commander an Deck. Ah, Joker ist, äh, offenbar einer, äh, ist sein, sein Spitzname, nehme ich an. Oh. Äh, ja, okay, reisen mal anders. What? Thrusters, check, navigation, check, internal emissions sink engaged. All systems online. Drift, just under 1500 K. What? 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Ah, I like that. That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Ah, ich mag das, den Banter. Die, ach ja, ist ja schön. Also, kann ich mal intervenieren, so, bumpf. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Ethan Prime. Oh, nice. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Great. Hey, you pissed the captain off and now I'm gonna pay for it. Hahaha. Don't blame me. The captain's always in a bad mood. Okay. When he's talking to you, Joker. Hahaha. Okay, äh. Wir sehen schon Joker. Okay, da haben wir den Codex, das Tagebuch, das Squad. Okay, Ausrüstung, Hauptmenü, okay. Ich geh mal durch. Der Codex ist, okay, das hier ist so eine Art, Logbuch, okay. Ah, da haben wir unsere Story. Und da haben wir sozusagen, Ah, ja, okay. Der Codex ist sozusagen unsere Missions, unser Tagebuch ist unser, äh, Logbuch, okay. Das Squad hier. Ah, ja, okay, so sind wir. Und wir sind eher auf der vorbildlichen Seite als abtrünnig. Okay. Ähm, wir haben drei Punkte. Und, äh, ich möchte mal das Präzisionsgewehr, sollten wir uns vielleicht noch ein bisschen suchen, oder? Kann man das? Ah, da müssen wir zuerst bei der Pistole hier sein. Alles klar. Dann gehen wir einen in die, äh, Pistole. Taktische Panzerung, ja, okay. Infiltrator, ähm, okay. Und Einschüchtern. Wir sind natürlich Leute, die, äh, gleich mal so, boom, zack, in die Gaussch. Ähm, ich denke mal, das ist ein guter Charakter, ansonsten wird das ein klassischer Gesichtspalmchen-Aktionus. Ähm, ja. So. Einmal zurück. Die Karte. Okay, das ist die Normandy. Äh, Ray Shepard als Infiltrator. Wir speichern mal. So, there we go. Maus bewegen. Okay, äh, klassischer Ding. Strafen können wir auch. Okay, das ist dann die... Und wir können mit den Leuten rächen. Okay. Ähm, wir machen unseren Job, oder? Ich meine, das Spiel ist relativ alt, denke ich mal. So, können wir da noch mit jemandem reden? Alles, salutieren sie auf. Okay, da können wir nicht rein. Okay. 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 Schluss mit dem Heldenturm, Kollege. Hi, Freizeitspieler. Hi, Freizeitspieler. Okay. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Da ist der Käpt'n. Äh, wo ist der Käpt'n? Der Käpt'n sagte, er würde mich hier treffen. Er ist auf seinem Weg. Oh. Ich bin interessiert in diesem Welt, wo wir zu gehen gehen. Eden Prime. Ich habe gehört, es ist ziemlich schön. Ähm, was ist denn noch? Ich habe nie da gewesen. Aber du kennst es ein bisschen. Es ist ein Symbol für deine Leute geworden, nicht wahr? Proof, dass die Menschheit nicht nur die Kolonien auf der Galaxie entdeckt kann, aber auch sie schützen. Aber wie sicher ist es wirklich? Worauf fühlst du denn aus, Junge? Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es. Deine Leute sind immer noch Neukomers, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährliches Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit für das? Ich denke, es ist Zeit, dass wir dem Kommander, was wirklich passiert ist. Oh. Diese Mission ist viel mehr als eine einfache Runde. Ich habe gedacht, es war etwas, was du uns nicht erzählst. Wir machen einen kompletten Pickup an Eden Prime. Das ist, weshalb wir die Stealth-Systeme brauchen. Hm, was sollen wir bergen? Was ist der Payload, Kapitän? Ein Forschungs-Team an Eden Prime. Er hat eine Art Beacon, während einer Excavation. Es war Prothean. Was wissen wir noch? Was noch kannst du mir erzählen? Das ist Big Shepard. Das letzte Mal, dass die Menschheit eine Erkrankung wie diese gemacht hat. Es hat unsere Technologie über 200 Jahre gedreht. Aber die Technologie hat nicht die Facilitäten, um zu handeln. Wir müssen den Beacon zurück zum Citadel, um die richtige Studie zu bringen. Obviamente, das geht außer mir nur Menschen Interesse, Commander. Diese Erkrankung könnte jede Speziesse im Kanzler-System. Äh, Sie klingen sehr besorgt, Kollege. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Was soll das bitte? Da wird's jetzt politisch. Wow. Sie haben mich eingetragen. Äh, auch Ihre Meinung, Captain? Ähm. Ähm. Was wissen wir mit dem Sender? Warum ist dieses Beacon so wichtig? All advanced galaktische Zivilisation ist based on Prothean-Technologie. Ah! Wir haben auch falsche Hände, wer... Wie? Der Attacan-Traverse ist nicht der größte Stabilis-System. Der 30er Reinharder und Kriminale aktiviert. Sie könnten ein Prothean-Technik betreut ein Beacon ist wert, der Risiko von einem Allianz-System. Außerdem ist die Grenze des Terminus-Systems. Der Terminus? Der Attacan-Traverse ist unter Stabilis-Systems. Wenn die Terminus-Systems attacken, ist ein acte der Krieg. Ja. Oh! 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 Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Oh! Oh! What the frick? Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't stop here. Get evac. They came out of nowhere. We need... Ouch. Everything is after that. No comm traffic at all. It's just dead. There's nothing. Reverse and hold it 38,5. What is that for a thing? Oh! 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 This Rack! This mission just got a lot more complicated, a small strike team can move quickly without drawing attention, it's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Al Enco and Jenkins to suit up commander, you're going in. gegen das hier. Das war's mit Mass Effect für heute und ich möchte mich bei euch bedanken, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es bis hierher geschafft habt und seid ihr ohnehin die Größten, würde ich mich über Däumchen nach oben freuen, vielleicht ein Abo und wenn ihr Sachen anders gelöst habt oder irgendwelche Tipps habt, wisst ihr was? Lasst mir einen Kommentar da oder schaut einfach auf meinem Stream vorbei. Link in der Description. Tschüssi!